Welchen Transfer hat der FC Bayern jetzt mündlich unter Dach und Fach gebracht? Und warum eskaliert der Poker um Harry Kane einfach mal komplett? Dazu mehr, hier in unseren aktuellen Kick News. Es geht jetzt Schlag auf Schlag auf dem Transfermarkt. Unter Dach und Fach ist der Transfer von Kai Havertz. Der Offensivspieler hat beim FC Arsenal unterschrieben. Für den 24-Jährigen fließen inklusive Boni 75 Millionen Euro an die Blues. Rund 80 Millionen hatte Chelsea 1 2020 an Bayer Leverkusen gezahlt. Bei Arsenal unterschreibt Havertz langfristig. Trainer Mikla Theta bekommt seinen Wunschspieler für die Offensive. Die Londoner haben die Konkurrenz um Real Madrid und Bayern München ausgestochen. Bei Chelsea fällt Havertz dem Umbruch unter Besitzer Todd Bowley zum Opfer. In der abgelaufenen Spielzeit kam der Ex-Leverkusener in 47 Pflichtspielen auf 9 Treffer und 1 Assist. Edouard Mendy folgt dem Ruf des Geldes. Der Schlussmann setzt seine Karriere in der Wüste bei Al-Ali fort. Wie der saudische Verein bekannt gegeben hat, kommt Mendy vom FC Chelsea und erhält einen Vertrag bis 2026. Der Franzose kassiert 11 Millionen Euro pro Jahr inklusive möglicher Bonuszahlungen in Höhe von 3 Millionen. Im Raum stehen 19 Millionen Euro Ablöse. Gemeinsam mit den Blues hat der Senegalese 2021 die Champions League gewonnen. Dazu wurde der 31-Jährige von der FIFA im selben Jahr zum Welttorhüter gekrönt. In der abgeschlossenen Spielzeit hat Mendy bei den Londonern allerdings keine große Rolle mehr gespielt. Und auch James Madison hat einen neuen Arbeitgeber. Mit Leicester City ist der Engländer in die zweite Liga abgestiegen. Für den 26-Jährigen geht es aber trotzdem in der Premier League weiter. Madison setzt seine Karriere bei Tottenham Hotspur fort. Die Londoner haben die Verpflichtung des Spielmachers offiziell verkündet. Madison unterschreibt einen bis 2028 gültigen Vertrag. Die Foxes kassieren rund 46 Millionen Euro Ablöse. Madison war in der abgelaufenen Saison einer der besten Spieler bei Leicester. Seine 10 Tore und 9 Vorlagen in 30 Premier League Spielen haben aber nicht gereicht, um den Abstieg zu verhindern. Der Edeltechniker war 2018 für 25 Millionen Euro von Norwich City zu Leicester gewechselt. Sein Vertrag wäre noch ein Jahr bis 2024 gelaufen. Bei Tottenham ist Madison nach Torwart Guillermo Vicario der zweite externe Neuzugang für die neue Saison. Auch im Rennen um Declan Rice ist Arsenal der Durchbruch gelungen. Nachdem die Gunners ihr Angebot für den Mittelfeldspieler noch einmal deutlich erhöht haben, hat sich Man City aus dem Poker zurückgezogen. Mit dem neuen Angebot der Gunners wollten die Sky Blues nicht mehr gleichziehen. Rice wird in Kürze den Ablöserekord der Premier League brechen. Arsenal hatte zunächst 93 Millionen Euro plus Boni geboten. Anschließend wurde auf 105 Millionen Euro erhöht. Manchester City war mit diesem Angebot dann mehr oder weniger gleichgezogen. Das hat die Gunners veranlasst, noch einmal deutlich nachzulegen. 122 Millionen Euro plus Boni in Höhe von 6 Millionen, so lautet das letzte Arsenal-Angebot für Rice. West Ham ist mit diesen Zahlen jetzt zufrieden. Es herrscht Einigkeit. Es wird also nicht mehr lange dauern, bis dieser Mega-Deal in trockenen Tüchern ist. Bei Borussia Dortmund steht eine Vertragsverlängerung weit oben auf der To-Do-Liste. Emre Can soll seinen Vertrag in den nächsten Wochen verlängern. Diesbezüglich wurden mittlerweile erste Gespräche zwischen den BVB-Verantwortlichen und Can-Berater Reza Fazelli geführt. Diese sind harmonisch und vertraulich gelaufen und haben dazu geführt, dass sich beide Seiten stark angenähert haben. Zwar ist noch unklar, ob Can für zwei oder drei Jahre verlängert, der Defensivspieler ist aber in puncto Gehalt zu Zugeständnissen bereit. Er möchte sich auf eine Gehaltsstruktur einlassen, die stärker leistungsbezogen ist als bisher. Es könnte noch vor dem Start der neuen Saison zu einem Vertragsabschluss kommen. Auswirkungen könnte Can's Unterschrift auf die Personalie Edson Alvarez haben. Denn beim BVB fragt man sich, ob man den Mexikaner wirklich unbedingt braucht, wenn Can verlängert. Ajax fordert über 40 Millionen Euro für den Sechser. Das ist zu viel für den BVB. Aufgrund dieser unterschiedlichen Preisvorstellungen stagniert der Transferpoker schon länger. Mit dem Spieler selbst gibt es aus BVB-Sicht weniger Probleme. Alvarez ist von einem Transfer nach Dortmund durchaus angetan. Möglicherweise muss sich der 25-Jährige aber bald nach einem anderen Klub umsehen, falls die Borussen den Deal endgültig platzen lassen sollten. Durch die Zusage von Can hat sich die Verhandlungsposition bei Alvarez zumindest klar verbessert. Max Kruse könnte ein halbes Jahr nach seinem Aus beim VfL Wolfsburg in den deutschen Profifußball zurückkehren. Der vereinslose 35-Jährige ist jetzt ein Thema in der zweiten Liga. Der SC Paderborn zeigt großes Interesse am Offensivspieler. Die Ostwestfalen haben im Angriff nach den Abgängen von Dennis Rebeni und Marvin Pieringer durchaus Bedarf. Zudem hegt Paderborn nach Platz 7 und 6 in den letzten Jahren sportliche Ambitionen in Richtung Aufstieg. Schon heute wird Kruse den Medizin-Check in Paderborn absolvieren. Für Wolfsburg hat der Ex-Nationalspieler zuletzt im letzten September auf dem Platz gestanden. Jetzt steht er also vor dem Comeback in Liga 2. Der FC Bayern legt nach im Poker um Harry Kane. Nachdem das erste Angebot in Höhe von 70 Millionen Euro plus Boni direkt abgelehnt wurde, will der deutsche Meister nicht lange warten und das zweite Angebot einreichen. 93 Millionen Euro inklusive Boni sollen Tottenham überzeugen. Es wird aber erwartet, dass die Spurs auch bei diesen Zahlen den Kopf schütteln werden. Am liebsten würde man Kane behalten. Bayern muss also wohl nochmal erhöhen, um Tottenham's Boss Daniel Levy doch noch zu überzeugen. Was für die Bayern spricht? Sie haben die Zusage des Torjägers schon in der Tasche. Kane will nach München kommen. An ihm wird dieser Deal wohl nicht mehr scheitern. Beim deutschen Rekordmeister setzt man deshalb jetzt auf die Hilfe von Kane selbst. Die Verantwortlichen an der Säbener Straße wollen, dass der 29-Jährige seinem Wechsel ein wenig auf die Sprünge hilft. Das heißt, er soll aktiv ein Wechselgesuch bei seinen Bossen einreichen. Für die Bayern ist erfreulich, dass sich Manchester United mittlerweile aus dem Poker verabschiedet hat. Problematisch für die Bayern ist aber das starke Interesse von Paris Saint-Germain. Bei PSG beobachtet man die Entwicklung um Kane ganz genau. Und man schaltet sich jetzt in den Poker ein. Le Parisien berichtet, dass Paris mit dem Kane-Umfeld verhandelt. Der französische Meister ist bereit, die Bayern bei Gehalt und Ablöse zu überbieten. Der Preis für Kane wird also in die Höhe getrieben. Ob der Vorstoß noch rechtzeitig kommt und ob er bei Kane überhaupt auf offene Ohren stößt, das ist eine andere Frage. In Paris hält man sich jedenfalls auch andere Alternativen warm. Neben Victor Ozyment von Neapel ist und bleibt Rondal Kolomouani von Eintracht Frankfurt ein Thema. Bei einer anderen Personalie sind die Bayern sogar schon deutlich weiter. Dem Transfer von Minjai Kim steht fast nichts mehr im Weg. Nachdem sich der Napoli-Innenverteidiger zuletzt schon auf die Münchner festgelegt hatte, wurden nun alle Details geklärt. Wie Fabrizio Romano berichtet, besteht mittlerweile eine komplette mündliche Einigung zwischen den Bayern und dem Südkoreaner. Nach Infos von Fußballtransfers wird Kim 10 Millionen Euro netto pro Saison verdient. Deutlich mehr als bislang in Neapel. Die letzte Hürde ist jetzt eigentlich nur noch eine Formalie. Die Münchner müssen Kims Ausstiegsklausel ziehen. Die liegt bei rund 50 Millionen Euro. Für den zum besten Verteidiger der Serie A gewählten Rechtsfuß ist das ein moderater Preis. Gleichzeitig stehen die Bayern vor dem Verkauf von Innenverteidiger Lucas Hernandez an Paris Saint-Germain. Rund 45 Millionen stehen als Ablöse im Raum. Geld, das offenbar umgehend reinvestiert wird. Mit Benjamin Pavard könnte dazu noch ein weiterer Abwehrspieler in diesem Sommer verkauft werden. Schon morgen könnte Klarheit herrschen über die Zukunft von Dominik Soboschlei. Denn dann läuft dessen 70 Millionen Euro schwere Ausstiegsklausel bei RB Leipzig ab. Bis dahin wäre der Pokalsieger machtlos, sollte ein interessierter Klub diese Summe auf den Tisch legen. Zuletzt wurde Newcastle United mit dem 22-Jährigen in Verbindung gebracht. Bei den Magpies steht der Leipzig-Profi ganz oben auf der Wunschliste. Mit dem FC Liverpool hat sich jetzt ein weiterer zahlungskräftiger Klub eingeschaltet. Vertreter der Reds haben sich diese Woche mit Soboschleis Beratern getroffen, um über einen möglichen Transfer zu sprechen. Neben Soboschlei lotten die Reds aber auch andere Optionen aus. In den letzten Wochen wurden auch Cafran Thuram von Nizza und Romeo Lavia vom FC Southampton als Kandidaten fürs Liverpooler Mittelfeld gehandelt. Soboschlei wäre von den genannten die offensivste Lösung. Noch ist aber auch Newcastle mit im Rennen. Weil James Madison zu Tottenham Hotspur gewechselt ist, widmet man sich beim Scheichklub wieder verstärkt der Akte Soboschlei. Und Jürgen Klopp hat noch einen anderen Spieler im Auge, den er verdammt gerne in seinem neuen Team haben würde. Die Rede ist von Federico Valverde. Der Uruguayer von Real Madrid würde perfekt ins neue Mittelfeld der Reds passen. Und Liverpool wäre wohl bereit, richtig tief für Valverde in die Tasche zu greifen. Englische Medien berichten, dass die Reds mittlerweile bereit sind, bis zu 90 Millionen Euro für den 24-Jährigen hinzulegen. In Madrid will man davon bislang aber nichts wissen. Valverde hat noch einen Vertrag bis 2027 und der ist eigentlich fest eingeplant. Ob es nach der Verpflichtung von Jude Bellingham und den Verlängerungen mit Toni Kroos und Luka Modric für einen Stammplatz reichen wird, das ist aber ungewiss. Real muss sich deshalb gut überlegen, ob man wirklich jedes Angebot für Valverde ablehnen will. Schließlich könnte man das Geld für einen neuen Top-Stürmer gut gebrauchen. Und die sind bekanntlich alles andere als günstig. Kylian Mbappé lässt grüßen. Wie viel Geld sollte Bayern maximal für Harry Kane in die Hand nehmen? Schreibt uns eure Summen in die Kommentare. Das waren wieder unsere aktuellen Kick News. Bleibt stark! Nur noch ein Tag, dann ist endlich wieder Wochenende. Wir hören uns morgen wieder.